Irgendwie sieht Fabio richtig weiß aus. Auch hier. Jetzt. Was? Was machen wir überhaupt jetzt? Umschreiben. Du umschreibst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich hier mit den lieben. Hi Leute. Ich bin hier mit den lieben Rayan. Rayan war verschollen. Er war nicht mehr da. Er ist einfach immer unterwegs. Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Rayan, willst du erklären, was wir heute machen? Heute drehen wir eine Art Challenge. Die liebe Sarah hinter der Kamera. Die hat gewisse Wörter, die sie umschreibt. Und wir müssen die halt erraten. Grüße an Unsinn Party TV. Gerne ein Abo anlassen. Danke dafür. Bestimmt sieht er das. Ich sag mal, wir fangen direkt an. Die Sarah ist auf jeden Fall hinter der Kamera. Sarah, Bestrafung, ja oder nein? Ja. Was denn? Es gibt auf jeden Fall eine Bestrafung. Aber ihr entscheidet welche Bestrafung Rayan oder ich bekommen. Was schmerzhaftes oder etwas peinliches. Also das gibt es auf dem Weihnachtsmarkt zum Trinken. Grüwein. Grüwein. Ja. Okay. Das haben Perser neben den Toiletten. Bidet. Was? Ne, das statt Klopapier benutzen die das nicht. Äh, Klobürste. Achso. Ob. Also Wasserflaschen oder. Wassersplitzer. Arschspritzer. Und für den Arsch. Das ist auch für den Garten eigentlich. Wasserschlauch. Schlauch. Ähm. Blumen. Gießkanne. Ja. Neben der Toilette. Was seid ihr für komische Gestalten. Nicht wir Junge. Wir sind eingedeutscht. Aber die im Iran vielleicht. Die. Das hatten wir früher auch. Hä, aber neben der Toilette oder was? Ja, neben der Toilette immer eine Gießkanne. Für? Um die Sauber zu machen. Okay, also wenn du nichts siehst, dann muss. Blind. Ne, wenn du nichts siehst, musst du etwas tragen. Gehstock. Und das was du tragen. Blindenstock. Musst du mit etwas sauber machen. Du musst blinden, statt mit Desinfektionsspray. Du siehst was, aber du siehst schlecht. Blinden. Blinden T-Shirt. Blinden T-Shirt. Nein, blinden T-Shirt. Haha. Im Winter, wenn sich... Hals schon gerade. Gibt es etwas, was von oben runter hängt und wo sich Leute... Schleimisch wohnen. Runter küssen. Was? Runter küssen? Ja. Salzglocken. Äh, Glocken. Was? Runter man sich kisst? Ja. Im Winter? Glocken. In der Weihnachtszeit. Ähm, Kristallglocken. Ach so. Wie nennt sich der Scheiß, Alter? Das sind Pflanz. Heum. Weil... Wie nennt sich das denn? Ey, nicht mal groß. Strohwein. Nein, wie nennt sich das denn? Im Schnee, Mann. Ähm, im Schnee, ne? Nein. Im Winter einfach nur. Im Schnee. Junge, Mistletoe heißt es so. Ja, auf Englisch. Ja, das heißt so. Als wenn es kannst. Mistletoe auf Deutsch. Ja, ist es auf Deutsch, Junge. Keine Ahnung. Mistelzweig. Ja. Oha, Alter. Wie lebsch. Boah. Safe ich. Duh. Einer der berühmtesten. Mozart. Amadeus. Äh, Mozart. Deutschland. Popstars. Mattel, Mattel, Mattel. Ey, das ist doch viel zu einfach. Warum kommst du denn nicht auf? Mach. Wie viel steht es gerade? Bruder, bis 3 Stunden später. Okay, so Squishy Tiere, die im Meer sind. Squishy. Das ist Squishy. Was ist denn Squishy? So. Weisch. Ja. Weisch. Weisch. So, das sind so Tiere, die haben auch. Sechster. Die können auch zum, es gibt welche. Quallen, Quallen. Ja. Also Quallen schon mal gar nicht. Quallen. Richtig. Okay, das ist ein Fach, das hatte man in der Schule. Mathe, Englisch, Sport. Und das hat jeder gehasst. Kombiniert das mit. Chemie. Und wo hat man... Physik. Naturwissenschaft. Ähm, Block. In welchem Raum? Ähm, Natur... Informatik. Ähm, nein. Physikraum. Physikraum. Es hat einen bestimmten Namen. Naturwissenschaft. Naturwissenschaftlicher Trakt. Nein. Hattet ihr... Okay, vielleicht hattet ihr das nicht. Chemiker, wo arbeiten die? Im Labor. Ja. Laboratorium. Labortrakt. Laborraum. Laborraum. Labor... 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 Labortrakt. Naturlabor. Ja, du hast doch gerade ein Wort und dann... Chemielabor. Ja. Ihr hattet ein Chemielabor an der Schule? Ja. Alles klar. Wir hatten nur so einen Trakt und dann so räumen. Ja, aber wir hatten da auch ein Labor. Wo ihr es richtig so... Dings verwinkelt habt und so. Ja. Wenn man so richtig kleinig ist und auch so... Pingelig. Pingelig. Ja, aber das ist ein Wort, wo auch Gemüse drin ist. Lauch. Ich meine, es ist so pingelig mit Geld und sowas. Geizig. Ja, aber... Geizkragen. Okay, warte. Was ist ganz kleines, grünes, rundes Gemüse? Gurke? Tomate. Bio ist für mich Abfall. Mini. So. Traube. Ganz Gemüse. Kleinschrück. Grüne. Kleines grünes... Erbse. Ja. Ja. Und wie nennt man jemanden, der... Erbsikasper. Nein. Erbs... äh... geistig... ähm... Geiz... 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 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4... Was mache ich gerade? Ich hab... Zähl. Erbsenzähler. Erbsenzähler. Geiz... Okay, das sind Leute, die... ähm... züchten Bienen. Imker! Imker! Ja. Ich dachte, ihr kennt das Wort nicht. Imker! Ich kann gar nicht drauf. Was zündet man an, was mit Licht angeht? Kerzen. Und wie nennt man das auf... Kerzenlichter! Tänlichter! Wie nennt man das, was man anzündet? Fax. Ach so. Diese kleine... Ja. Kerzen... Ich weiß es! Ähm... Oh mein Gott! Kerzenwachs! Kerzen... Kerzenständer! Nein! Kerzen... Lunte! Lunte! Tunte! Lunte! Kerzenlunte! Kerzenstängel! Wachsstängel! Stange! Gib mal Anfangszustand! D! Dun... Dunnte! Draht! Kerzendr... Nee! Kerzen... Irgendwas mit K... 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 Ja, Kerzen... Dinkel! Dunkel! 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 Kerzendrang! Kerzendring! Kerzendäh... Dämon! Hä? Kerzen... Deutsch! Kerzendori! Kerzendor! D-O-Ri! D-O-Ri! Kerzendor! Kerzen... Zorizo! Wo hast du gestanden? D-O-C! C... Also doch... Also D-C-H... Kerzendorch! Nein! Hahaha! Schau mal auf! Kerzendorcht! Ja! Was? Ja! Kerzendorcht! Kerzendorch! Ist doch klar! Okay, worauf haben unsere Eltern früher Musik gehört? Schallpl... 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 Hast du schon längst gesagt? Schallpl... 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 Ah, du verdammte Hallo, müssen wir das jetzt zensieren oder? Was machen Leute im Club? Tanzen. Ja, und das ist eine Art von Tanz. Tecmo. Die an der Stange ist. Die an der Stange ist. Ja, der Stange ist. Strippen. Pooldance. Hier entscheidet, welche Bestraftung wer bekommt. Ja, der Verlierer. Das hier aber weiß nicht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Willst du noch was sagen? Willst du jemanden grüßen? Nein. Vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Nachmittag. Was auch immer. Und... Willst du jetzt mal? Ein Zhao.